hallo hier leute und herzlich willkommen zurück in einer neuen frischen folge black mesa im letzten part sind wir jetzt ja doch tatsächlich in dem richtigen lambda komplex gelandet und ist uns tatsächlich schon die jungen hier tank 2 und pumpe 2 zu aktivieren eigentlich noch nicht wirklich gewollt war von mir aber hat geklappt und jetzt ist es halt jetzt liegt dem daran hier wieder irgendwie erst mal rauszufinden und dann halt auch noch die anderthalb die andere pumpe und tank zu aktivieren ach hier ist ja noch ein tor ist auf da drüben noch ein rädchen aber werden wir wahrscheinlich sowieso nicht aktivieren können da wäre ebenfalls eine tür aber denke man das ist scheißegal wo man hier durchgeht oder das ist ja richtig klar ist der Hammer was darüber aber die ruppt so viel wegleihen die war fast voll und wie lädst du die nach was ist dann auch mit diese gelben ach so ja 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 atom paket atompakete man es hat ein atompaket hier so in richtig schön noch mit die braunen klebebänder zugemacht so wie sich das gehört so will ich jetzt sehen so muss das aussehen hallo 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 ja leute natürlich hallo auch so ich wir freuen uns dass ihr wieder mit dabei seid neue runde neu glücklich immer so schön sage und ich weiß gar nicht sagte ich schon im letzten part oder fragte ich schon im letzten part wo ich da die fallen hat so wie wir uns zurecht gemacht hatten am zu zu halloween schreibt doch ganz gerne mal in die kommentare freuen wir uns natürlich drüber und ich hoffe natürlich dass ihr jetzt auch wieder reichlich spaß haben werdet hier die brühe da unten jetzt schießt er doch durch wir sind ja immer noch bei zwei müssen wir hier wieder komplett raus ach ne ach doch 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 wir sind jetzt wieder wir gehen jetzt wieder zurück jetzt sind wir auch oben wir können jetzt wahrscheinlich oben lang oder nicht ne da ist eigentlich zu da ist alles dicht wir müssen ja erstmal wieder zurückkommen hier jetzt überhaupt ne wahrscheinlich ne ach jetzt haben wir das nämlich bekommen eben gerade ne richtig richtig und Prozent einen anderen Weg einschlagen eigentlich weil wir sagen wir müssen ja zu hier die Pumpe 1 und Tank 1 noch kommen wo sind wir denn jetzt jetzt ist sie gar nicht durch ne aber hier sieht so aus als wenn wir schon mal waren Pumpe Station da dann fahren wir noch hin weiter runter geht das hier mit ja 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 hier sieht jetzt schon besser aus genau guck mal jetzt das ist nämlich die stelle wo wir doch probiert hatte von da hierher gelaufen genau und dann wollte ich doch hier rüberspringen genau war natürlich nicht so geglückt ist und nichts bin macht ex erstmal nichts macht erstmal nichts siehste haben wir gleich noch einen Faschel verschickt hier äh lag hier nicht noch irgendwo bin mir ziemlich sicher hat hier irgendwo noch Batterien lag für die für den Schutzanzug ja da war aber die Viecher ne wo wir die wieder zurück ach hier lag ja auch noch eine batterie pass auf siehste ich häng fest ich dachte das hier noch komplett einstürzt los schnell weg hier da wurde ich gerade spritten und dann ladedaten kühle und wir laden die da Gorn kannst du wieder aufhören hallo ladedaten die Daten laden können man muss natürlich auch mal wieder auf der Hut sein genau hier ist nämlich die 2 und da drüben wird wahrscheinlich die 1 richtig aber trotzdem nach wie vor wir müssen trotzdem nach wie vor immer auf der Hut sein wollte ich gerade sagen und da sehen wir nämlich schon dachte ich mir nicht wenn ich mich schon wieder fasst hat hier gleich wieder was spawnt ich denke mal wir werden hier sowieso ganz schlecht zu verstehen sein das ist doch recht rubblich hier und laut rubblich ist das so hoch ach Gott die Kanzlerin schnitzel jetzt geht er aber haben zu meinen Wettbewerb rot 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 n 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 das ist nicht 3 und er schmust hier ist nur mit dem stunden der andere ist nicht da ja nicht Kiste Hupang Palette Was ist denn hier jetzt wieder? Ladebildschirm definitiv ist ja nicht zu übersehen ne wird wahrscheinlich vom Prinzip her dasselbe sein Hup 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 Will D Hup 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 Wiedershusen mit sehr vielen sondern wieder zu tun kommen aber teilweise sind die mir lieber als die soldaten sollte so wie das ja das stimmt sagt ihr so wie es darum brenntet ganz schön gasbruch gasrohr gasrohr bruch ich glaube jetzt haben wir langsam du lass hängen wo die grund sind natürlich alter die grund sind natürlich scheiße jetzt hier gerade ich habe nämlich doch ganz schön power mit ihren strom blitz da war in münchen geht so da wie man immer wenn ich vor seiner leiter stehe wie der immer so machen ein bisschen zum betrug gehen da was die boden jetzt ist mein guter für die ziel ist also die runde ja super Der Torso. Der Torso. Der Torso. Hier ist offen. Ah, guck mal. Ah, ist voll? Ich glaub wir sollten die Dinger vielleicht doch ein bisschen mehr benutzen, wenn wir ständig dafür Munition bekommen hier überall. Felspaket, Crossbow, Munition. Warte mal. Da fehlt mir noch ein Pfeil. Ein ganzer. Ja, muss ich mitnehmen. Wir können ja auch mal wieder die benutzen. Die frisst wenigstens nicht so viel gleich. Ich mein klar, die haben aber stärker, ne? Davon ab. Aber... Ich kann jetzt ja eh nix mehr. Oh! Da siehst du... ... ... ... ... ... ... er hält sich aber auch an alter als stück kommt die länder durch die treppen durch die schung siehst du sagen wir finden überall sonst nur die frage sind wir richtig dass ich schon mal wieder die konsole das sind leiter wenn es da reinigen oder so war die alter er wollte jetzt aber wissen wir kommen denn herr der lacht oder erst gar nicht wird dass jemand als ein reißverschluss dazu muss die holst du immer gegen das haus Die sind so süß. Fast so süß wie die... So süß. Fahrstuhl. Komm! Wir sind so doof, Alter. Ist das schön. Ach, nee. Was dauert das denn hier? Wie im Real Life, Alter. Hahaha. Nun runter wieder. Soll ich vielleicht irgendwo vorher schon mal aussteigen? Kann man sich hier wieder ein bisschen was sparen? Am Laufweg vielleicht oder so? Ich weiß ja nicht so aus, ne? Wieso gar nicht? Da müssen wir doch wieder was... Genau, da sind wir auch wieder cool. Wir müssen uns wieder anmachen. Ja, ja, und spiel mal mit der Knarre um hier. Dreh mal. Was liegt denn da? Oder schwimmt? Was? Was waren da dafür? Das hier? Achso, ja. Ein Stückchen... Matsch. Keine Ahnung. Jetzt machen wir nämlich auch das Tor auf. Da ist nämlich wahrscheinlich der Tank. Und wir müssen dann immer noch die Pumpe dazu aktivieren. Genau. Eigentlich kommen wir wieder mit dem Fahrstuhl hoch. Aber ich nehme trotzdem die Leiter. Wir sind doch... Sportlich. Sportlich. Wiesse, die hätten uns dann nämlich wieder wesentlich besser treffen können. Die Arschlöcher. Oh, die ist aber... Ein Sieger gar nicht. Oh, wir haben auch eine drinne. Ruhig auch wieder wechseln. Ruhig auch wieder wechseln, die Knarre. Munition. Wo lassen die Munition dafür nochmal... Was das für Birnen sein müssen, Junge. Oder hier, die Kästen sind ja hier. Doch da hat das Relais noch nicht rausgeballertes. Oh! Oh! Jo, ne ne. Muss er. Muss er leer. Ja, dat ist er nämlich, dat meine ich nämlich. Jetzt kannst du gar keine mehr davon benutzen. Leer ist es leer. Wir machen uns erstmal den Weg hier frei. Und dann können wir eigentlich die zweite Pumpe aktivieren. Das muss gleich die Stuhl um. So, jetzt sind beide Pumpen aktiv. Die Schleusen dafür sind auf. Was musst du jetzt machen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, oder? Auf jeden Fall würde ich sagen, erstmal irgendwie probieren wieder zurückzukommen. Komplett. Wie soll jetzt? Offen. Da bin ich gerade nachgelernen. Und da sind wir gekommen. Ne, das ist. Aber hier lag doch noch. Ne, wo war die Munition mit der Axt? Was? Ich weiß trotzdem jetzt, was du jetzt... Ich weiß trotzdem jetzt nicht, was du machen solltest. jetzt ist erstmal alles aktiv ja 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 quatsch dir mal wo sind die ja fressen da wäre rüstung die sehne nicht da hinten na gut ist ja rüstung ist jetzt nicht so notwendig was wichtig ist da hinten ist er wieder nie da komm wieder raus genau wir sind wieder raus alter schwede junge krasses scheiße oder mein hart ist witzig ich bin ja so wie er ich wollte gerade sagen so ist ja eigentlich alles aktiv und ihn hat aber völlig zerfetzt ein bisschen das ja nicht mehr dran ein bisschen jetzt ist genau jetzt ist alles an jetzt ist alles an aber wie gesagt jetzt geht unsere munition ein bisschen zu neige ich glaube, wir müssen zuerst hier hin ich glaube, wisst ihr, dicker oh, natürlich da kommt er meinst du, der kommt? ja ich stehe schon direkt vor der tür, hast du, der hat ja an durchgeguckt da, guck mal da, guck mal das ist so nicht hier in der Bar Wademan Wademan, Wademan, jetzt kann man sie endlich mal benutzen aber, guck mal, jetzt kann man sie endlich mal benutzen das wurde immer mehr drin alter Rosemarie aber ist ja halt auch schon viel, ne warum sollte der die anderen angreifen nein, er kommt jetzt lass mir die Ruhe nein, ich bin doch dein Freund aber wozu kannst du, wo hast du die denn alter, na, wahrscheinlich nur, wenn du irgendwie fliehst da ging Menschen eben also, die Soldaten vermute ich mal ganz stark was sagt denn die Uhr überhaupt ein bisschen haben wir ja noch das Ding ist eigentlich geil, ne? die ist stark auch ja vor allem muss nur sterben ich schlag dich mit deinem eigenen Waffen, Junge ich hör euch noch ein Wort alter hat der Vermut drauf was, 15 von 20? aha nein, noch mehr ruhe, ruhe, ruhe natürlich, ich treff da oben den Pfeiler oh, voll im Sack ja, das kann man nicht übernehmen warte hier gehen wir nochmal her, das Ding was soll's wo ist der andere Pisser da hört noch einen großen nein, treff doch nicht die Kisten haha gut, bin ich eiskalt äh, knallhart meine ich das nutze ich voll aus so ne, so ne Fehler vom Spiel da kann ich nichts ich hab doch hier noch nen anderen gehört so ne so ne ollen wo die gehen? wir machen jetzt mal Helds 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 aber beide wieder, ne? hmmm 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 immer sachte, immer sachte ach so ach so ach, mir ist hier gar nicht da war er ne da war ein, ding ne ach, nur na ja, es ist alles atreppe he man hat treppe ja, naja kann es halt nicht benutzen ich glaube, wir müssen runter die aber nicht weiter runter muss im wasser spieler ist ja ausprobieren ich würde sagen wir speichern das ding erst mal ab und schauen uns das wieder mal im nächsten paar leute haben doch eigentlich schon ganz gut jetzt in dieser folge finde ich jedenfalls hat er hat da hat er die macht ja ja die leute jetzt mal ohne scheiß die europäische die europäische die europäische schon ist dieser die hofer der dritte wieder mit dabei sein und gerade du gerät vom monitor sitzt in die fernsehe wie auch immer Prozent nach unten das wurde dabei ist und in diesem Sinne zum nächsten Mal haut rein Bis zum nächsten Mal.